Als erstes kurz eine Übersicht. Wir haben ja heute ein erstenteils faktenbasiertes Video. Also für die Leute, die sich interessieren, neues Wissen zu akkumulieren, für die ist der erste Teil wichtig. Und als erstes erkläre ich hier, warum Kolja Barkon es auch in diesem Video mit den Fakten nicht allzu genau nimmt. Doch bevor ich das gleich mache, möchte ich zuerst ein paar Anmerkungen loswerden. Anfang diesen Jahres besprach ich auf diesem Kanal hier ja schon mal eins von seinen Videos und kritisierte die darin enthaltenen Aussagen zum Teil sehr harsch. Das führte uns auch schon zu der ersten Bemerkung. Erstens, Barkon versucht in dem gleich zu analysierenden Video klar zwischen Fakten und Meinung zu trennen. Was ihm zwar nicht ganz gelingt, aber das werden wir uns dann noch im Einzelnen anschauen. In seinem ersten Video, was wir uns hier schon mal angeschaut hatten, haute er Fehlaussage an Fehlaussage. Auch in diesem Beitrag unterlaufen ihm freilich einige Fehler bei der Deskription der Realität, aber es ist innerhalb weniger Monate wirklich schon eine deutliche Besserung zu erkennen. Zweitens, meine folgende Kritik richtet sich nicht gegen Kolja Barkon als Person, sondern soll einzig und allein seine Aussagen kritisieren. Es wird ad factum und nicht ad hominem argumentiert. Drittens, mir geht es darum, ökonomische Missverständnisse und ideologische Fehlschlüsse aufzudecken und nicht irgendwelche Vermögens- oder Anlagetipps zu geben. Das erwähne ich für den Fall, dass sich wieder einige Fans von Aktien mit Kopf hier in den Kommentarbereich verirren und denken, sie würden hier alternative Vermögenstipps oder sonst einen Unsinn bekommen. Nun ja, da das jetzt geklärt ist, können wir ja jetzt endlich anfangen. Konkret soll es gleich um den Beitrag Inflation vermeiden, meine Abrechnung mit dem Wohlfahrtsstaat gehen. Am Anfang versucht Barkon zu erklären, wie Staatsfinanzierung eigentlich genau funktioniert. Und dann gibt es natürlich noch die sogenannte Verschuldung. Wenn das hier nicht ausreicht, für die ständig steigenden Bedürfnisse der Menschen und des Staates zu stillen, dann müssen eben Schulden aufgenommen werden. Und das war eine ganze Zeit lang so, dass man keine neue Schulden in Deutschland aufgenommen hat. Hier war Deutschland also im internationalen Vergleich sogar so ein bisschen vorbildlich, kann man sagen, und hat immer strenge Haushaltsdisziplinen geführt mit der schwarzen Null und so weiter. Kennt ihr vielleicht noch, ja. Aber das war natürlich im Rahmen der Corona-Pandemie dann vorbei, ja. Bevor wir gleich zur Frage der technischen Funktionalität der Staatsfinanzierung kommen, muss ich hier erstmal kurz einhaken. Wieso hat das denn in Deutschland mit der schwarzen Null überhaupt funktioniert? Beziehungsweise wieso war die überhaupt so etwas Besonderes? Um das zu verstehen, müssen wir uns das Konzept der sektoralen Buchhaltung genauer anschauen. Hier wird die Wirtschaft in vier verschiedene Sektoren eingeteilt. Die Unternehmen, die privaten Haushalte, den Staat und das Ausland. Die Ausgaben des einen Sektors sind immer die Einnahmen eines anderen. Wenn die privaten Haushalte also, so wie das in fast allen Industrieländern der Fall ist, versuchen zu sparen, dann muss dieses Sparvolumen von einem anderen Sektor aufgefangen werden. Vor einigen Jahrzehnten war das die Aufgabe der Unternehmen. Die privaten Haushalte haben gespart und die Unternehmen haben äquivalent dazu investiert. Doch das ist seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall. Privathaushalte und Unternehmen sparen in fast allen Industrieländern. Und genau deswegen wachsen auch in fast allen Industrieländern die Staatsschulden. Wenn Privathaushalte und Unternehmen sparen, dann muss der Staat seine Ausgaben steigern, wenn er eine Rezession verhindern will. Deutschland hat einen anderen Weg gewählt. Bis zum Beginn der Pandemie sparten in Deutschland alle drei inländischen Sektoren. Wir haben unser Sparproblem also auf das Ausland abgewälzt und nur dank unserer riesigen Leistungsbilanzüberschüsse überhaupt Wachstum erzielt. Diese Leistungsbilanzüberschüsse konnten wir natürlich nur erzielen, indem wir durch Lohndumping andere europäische Länder niederkonkurrierten. Welche Implikationen das auf die Wirtschaften in Südeuropa hatte, hatte ich ja schon in meiner Antwort auf den Schattenmacher, so wie in meinem Video zur Eurozone schon einmal erläutert. Aber widmen wir uns nach diesem kurzen Exkurs mal wieder der Frage, wie funktioniert eigentlich Staatsfinanzierung? Ich habe nach viereinhalb Minuten an dem Video von Kolja Barkon ja bis jetzt noch nichts zu meckern gehabt. Man muss natürlich auch sagen, die Steuern sind ja schon ziemlich hoch auch gewesen. Also irgendwann muss man auch mal ruhig bleiben hier. Aber dann 220, 130 Milliarden Euro Neuverschuldung und 2021 215 Milliarden Neuverschuldung. Das heißt, was macht hier der Staat, um Einnahmen zu generieren? Ja, sorry, ich muss jetzt kurz mal hier die Aktie kurz diskriminieren und so tun, als wäre es eine Anleihe. Der Staat gibt euch Anleihen aus, wenn ihr sie kaufen wollt und sagt, pass mal auf, hier, du kriegst Anleihen von mir, ich gebe die aus und du gibst mir dafür dein Geld. Und du kriegst dann immer so Zinscoupons und kriegst das irgendwann wieder zurück, das Geld, was du mir leistest. Und das ist, wenn man es ganz genau nimmt, falsch. Der Staat verkauft auf dem Primärmarkt seine Anleihen nämlich nicht an private Geldgeber, sondern nur an Banken. Das ist deshalb relevant, weil Banken keine Ersparnisse nutzen, um Staatsanleihen zu kaufen, sondern Zentralbankgeld, was in ihren Bilanzen liegt. Und auf dieses Geld, jedenfalls auf die Überschüsse, die über der Mindestreserve liegen, müssten Banken bei der EZB im Moment einen Negativzins von minus 0,5 Prozent bezahlen. Das ist auch der Grund, warum sie sich mit Negativzinsen auf Staatsanleihen überhaupt zufrieden geben. Wenn sie das Geld so in ihrer Bilanz halten würden, dann müssten sie noch höhere Negativzinsen zahlen. Für die Versorgung der Banken mit genug Zentralbankgeld durch Anleihekäufe oder durch Kreditprogramme ist übrigens die EZB zuständig. Sie sorgt dafür, dass die Banken immer genug Zentralbankgeld haben, um Staatsanleihen kaufen zu können. Und das ist der Punkt, der hier wichtig ist. Das heißt, Staaten, auch die Staaten der Eurozone, sind nicht auf die Ersparnisse ihrer Bürger zur Finanzierung ihrer Aufgaben angewiesen. Aber Moment mal, werden jetzt einige rufen. Privatanleger können doch auch Staatsanleihen kaufen. Und ja, das stimmt. Aber Privatanleger kaufen diese Anleihen immer von einer Bank. An der Versteigerung auf dem Primärmarkt dürfen nämlich nur bestimmte Banken teilnehmen. Am Handel auf dem Sekundärmarkt sind mehr Akteure zugelassen. Das bedeutet, jede Anleihe, die von einem Privatanleger gekauft wurde, war vorher schon mal in der Bilanz einer Bank. Da nur Banken das Recht haben, auf dem Primärmarkt überhaupt aktiv zu werden und Staatsanleihen direkt vom Staat zu ersteigern. So, da wir nun festgestellt haben, dass die EZB über den Umweg des Bankensystems die Staaten der Eurozone finanziert, können wir auch feststellen, dass die Staaten der Eurozone, solange der politische Wille dazu besteht, auch nicht pleite gehen können. Staatsschulden sind also fundamental anders zu behandeln als private Schulden. Sie sind technisch gesehen nur das Geld, was der Staat in seiner Geschichte mehr in die Wirtschaft hineingegeben hat, als er aus ihr herausgezogen hat. Aber genug der technischen Details, kommen wir zur aktuell erhöhten Inflation. Was sind denn laut Aktien mit Kopf die wichtigsten Gründe dafür? Aber in Europa, Deutschland und so, liegt das noch so ein bisschen natürlich vor allem am Ukraine-Krieg aktuell. Weil, und an anderen Lieferkettenproblemen und so weiter, man kann es nicht alles nur der Zentralbank und so in die Schuhe schieben. Das wäre ein bisschen zu vereinfacht. Es ist also sehr, sehr, sehr komplex und multifaktoriell, wie es so schön heißt. Nein, doch. Ja, dazu muss man natürlich erstmal gucken, wodurch gibt es so eine starke Inflation aktuell? Es ist nämlich nicht so, dass man das immer so, wie es häufig getan wird, alles auf die Notenbanken schieben kann. Ja, die haben in den ganzen letzten Jahren immer sehr niedrige Zinsen gehabt und haben die Märkte geflutet mit billigem Geld. Haben ja auch Staatsanleihen teilweise gekauft, die Zentralbanken und so weiter. Und man kann da schon natürlich zum Teil sagen, das ist jetzt irgendwann der Preis, den man dafür zahlen muss. Man sieht es ja auch in den USA beispielsweise durch diese ganzen Stimulus-Checks. Und jahrelang billige Geldpolitik ist auch in den USA die Inflation jetzt sehr hoch, so hoch wie seit den 70er, Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Ich hatte in meinem Video zur momentanen Inflation ja schon einmal gesagt, dass die Löhne in den USA steigen. Aber in der Eurozone ist die Lage eine fundamental andere. Doch beginnen wir am Anfang, dem Grund, warum überhaupt Inflation entsteht. Die Inflation folgt nämlich den Lohnstückkosten. Doch diese Behauptung soll hier nicht einfach so stehen bleiben, also ziehen wir etwas empirisch zu Rate. Oder besser gesagt den Atlas der Weltwirtschaft. Das ist ein Buch, in dem ökonomische Zusammenhänge für Laien sehr verständlich erklärt werden und in dem man mit ökonomischen Zusammenhängen nicht alleine gelassen wird, sondern in dem diese auch mit zahlreichen Statistiken unterlegt werden. Die Lohnstückkosten sind der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Und sie sind die alleinige Erklärung für Inflation. Dieser Zusammenhang gilt sowohl in Entwicklungs-, als auch in Schwellen-, als auch in Industrieländern. Für die Eurozone lässt sich aus diesem Zusammenhang folgende Schlussfolgerung ziehen. Die Inflation hierzulande ist temporär, da die Löhne nicht steigen und die Arbeitsproduktivität trotz der Corona-Pandemie und trotz der Sanktionen gegen Russland bald wieder zu steigen beginnen dürfte. Die Pandemie ist nämlich in den meisten Ländern dieser Welt vorüber und die Sanktionen sind mittlerweile so radikal, dass wir sie bald nicht mehr weiter verschärfen können. Und wenn die negativen Produktivitätseffekte enden und die Löhne nicht beginnen zu steigen, und das tun sie im Moment noch nicht, dann ist diese Inflation wieder vorüber. So einfach ist das Ganze. Und da kann die Geldpolitik machen, was sie will. Sie kann sich auf den Kopf stellen. Es ist egal. Die EZB hat die Zinsen seit nunmehr zehn Jahren extrem niedrig. Und fast durchgängig wurde das Inflationsziel in der Eurozone unterschritten. Jetzt sind wir einmal kurzzeitig wegen zwei negativen Produktivitätsschocks über diesem Ziel. Aber es ist wirklich kein Grund da, warum diese Inflation dauerhaft sein sollte. Das ändert natürlich nichts daran, dass die aktuellen Preissteigerungen für viele Menschen reale Einkommensverluste bedeuten. Aber daran kann die EZB wenig ändern. Dafür wären unsere demokratisch gewählten Politiker zuständig, die die Lasten der Corona-Maßnahmen oder der Russland-Sanktionen einfach anders verteilen könnten. Deswegen ist Inflation Taxes without Representation. Also Inflation ist eine Steuer, die der Bürger nicht durch einen neuen Gesetzesentwurf oder so bekommt, so wie hier. Sondern es ist eher so für den Staat natürlich eine sehr viel elegantere Möglichkeit, eben sich zum Teil zu entschulden. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Idee ist falsch. Die Behauptung, dass Inflation nichts anderes als eine Steuer sei, stammt schon von Milton Friedman. Man merkt hier also wirklich, wie Aktien mit Kopf versuchen, die neoliberale Ideologie uralter Vordenker in die Köpfe seiner Zuschauer hineinzuprügeln. Aber von diesem hochgradig ideologischen Punkt einmal abgesehen, ist es schlichtweg falsch, was hier gesagt wird. Die Inflation, die wir erleben, stammt, wie gesagt, von zwei negativen Produktivitätsschocks. Einerseits den Sanktionen und andererseits den Maßnahmen gegen Corona. Beide Entscheidungen wurden übrigens von demokratisch gewählten Politikern beschlossen. Die wir zwar leider erst 2025 wieder abwählen können, aber das ist eine andere Geschichte. Man sollte sich eben vor der Bundestagswahl überlegen, ob man seine Stimme den Grünen gibt oder nicht. Aber zurück zum eigentlichen Punkt. Diese Politiker mögen zwar lupenreine Kleptokraten sein, die ihr eigenes Klientel bedienen, aber sie sind dennoch demokratisch gewählt. Das bedeutet, selbst wenn man Inflation als eine Besteuerung titulierte, selbst dann wäre sie immer noch eine Besteuerung mit Repräsentation. Also Taxation with Representation und nicht without. Dass hier der Slogan der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung verunstaltet wird, um offensichtliche Lügen zu verbreiten, ist wirklich einfach nur noch peinlich. Aber kehren wir zurück zum Video von Kolja Barkhorn, in dem er noch seine Sicht auf den Wohlfahrtsstaat offenbaren wollte. Dann haben wir einen zweiten Teil, der ist so ein bisschen so eine Abrechnung mal wieder. Das heißt, wenn du auch mal schlechte Laune zwischendurch kriegen willst heute, dann kannst du den Teil hier auch noch anschauen. Also viel mehr schlechte Laune als nach den Ausführungen eben gerade kann ich eigentlich nicht mehr bekommen. Die Welt. Meiner Meinung nach ist es so, dass in einem Wohlfahrtsstaat, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, das Problem ist, dass Politiker, die gewählt werden wollen und sagen, wähle mich, auf Menschen treffen wie dich und mich, die sagen, was kriegen wir denn dafür? Dafür? Also es werden Versprechungen gemacht. Versprechungen und Versprechungen und Versprechungen bezüglich der Rente und bezüglich der Steuern und bezüglich der Abgaben und bezüglich der Verordnungen und so weiter und so fort. Und das ist nichts anderes als eine Form von Bestechung. Das heißt, ein Politiker kann sich mit seiner Partei und das ist nun mal der wichtigste intrinsische Trieb. Genauso wie ein Löwe in der Savanne, der überleben will, ist es der wichtigste politische Trieb einer Partei, an die Macht zu kommen und dort zu bleiben. Das ist intrinsisch die wichtigste Funktion dieser Partei. Und dann kommt alles andere. Und das ist wieder die demokratiefeindliche, ordoliberale Einlassung vom Interessentenhaufen, der angeblich einen immer weiteren Ausbau des Sozialstaats wolle und immer neue Wohltaten fordere. Doch auch diese ideologische Vorstellung hat mit der Realität wenig zu tun. Der deutsche Sozialstaat wurde in den letzten 40 Jahren nicht auf, sondern abgebaut. Und auch die Löhne sind schwächer als die Produktivität gestiegen. Das gilt auch für den Staatssektor. Der deutsche Staat hat also nicht mal seinen eigenen Bediensteten, einen fairen Anteil am Produktivitätsgewinn, den wir alle zusammen erwirtschaftet haben, ermöglicht. Und auch im Rentensystem sieht es nicht viel besser aus. Rot-Grün hat die Renten um 25% gekürzt. Und seitdem ist das Rentenniveau aufgrund der demografischen Entwicklung und den mangelnden Gegenmaßnahmen der Bundesregierung noch weiter abgesunken. Aktuell gibt es zwar Haltelinien, die ein noch weiteres Abrutschen verhindern. Aber diese Haltelinien laufen erstens 2025 aus und verhindern zweitens nur einen weiteren Abstieg der Rentner und sorgen keinesfalls dafür, dass sie mehr Ansprüche haben oder sowas in der Richtung. Und um das zu erreichen, muss er eben die Bürger bestechen. Und dann ist das Problem, dass nach der Wahl natürlich alle feststellen, oh, wir haben ja ganz schön viel versprochen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich irgendwie finanzieren. Irgendjemand muss das ja zahlen, wenn wir überall Geld jetzt ausgeben wollen und so weiter, um unsere Versprechen einzulösen. Und dann merkt man meistens hinterher, dass das Ganze doch nicht so einfach funktioniert, wie man vorher dachte. Ist ja auch einer der Gründe, warum jetzt viele Leute so enttäuscht dann wieder sind von der FDP und von Christian Lindner und so. Wenn man sich so seine Beiträge anschaut, die sind jetzt nach der Wahl ganz objektiv gesehen mit sehr viel mehr Hate und so weiter unterlegt. Und sozusagen Leuten, die irgendwie sich beschweren, als noch vor der Wahl. Und das ist nun mal ein Umstand, der so lange auch bestehen wird, bis wir aufhören, vom Staat immer zu fordern, dass er unser Leben regelt. Dieser Wohlfahrtsstand, dieser Wohlfahrtsgedanke und dieser Gedanke vom Wohlfahrtsstaat, dass der sich überall einmischt und alles kontrolliert und festlegt, wie wir zu leben haben. Der muss aus den Köpfen von uns Bürgern raus. Solange der nicht raus ist aus den Köpfen, werden wir weiterhin halt immer genau sagen, was kriegen wir. Werden wir weiter Politiker bekommen, die uns Versprechungen machen. Werden wir weiterhin Staaten haben, die immer mehr und mehr Geld eben ausgeben. Niemand will, dass der Staat sein komplettes Leben regelt. Der Staat soll einige wichtige wirtschaftspolitische Ziele verfolgen, die unter anderem auch dafür sorgen, dass die Marktwirtschaft so funktioniert, wie sie es soll. Die Löhne sollen beispielsweise so stark wie die Produktivität steigen. Eben damit alle am Wirtschaftswachstum teilhaben und nicht nur die Kapitalbesitzer sich alles in die eigene Tasche wirtschaften. Es muss für Vollbeschäftigung gesorgt werden, damit jeder, der einen Job sucht, auch einen findet. Die Kapazitäten einer Wirtschaft sollten komplett ausgelastet werden. Das bedeutet, Arbeitslosigkeit ist eine Ressourcenverschwendung und sollte vom Staat verhindert werden. Der Staat sollte zudem die Vermögensungleichheit begrenzen, damit die Reichen nicht immer reicher werden und diesen Reichtum missbrauchen können, um die Demokratie einzuschränken. Denn, wie Barkhorn ja richtigerweise gesagt hat, ist es der oberste Trieb von Parteien, an der Macht zu bleiben. Und wenn bestimmte Leute Parteien mehr Geld zuschieben als andere, dann machen diese Parteien eher Politik für diese Leute. Ein Beispiel hierfür wäre die FDP, die sich einzig aus Gründen der Klientelpolitik für diese idiotische Aktienrente einsetzt, die keinen Beitrag zur Finanzierung unserer Renten leistet und zu der ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht habe. Ein weiteres Beispiel ist die Steigerung der Verteidigungsausgaben, die sehr eindrücklich zeigen, dass die Bemühungen der Rüstungslobby und die Spenden, die sie an alle großen Parteien geleistet hat, sich aktuell bezahlt machen. Und das eigentliche Problem ist nicht die Inflation, das eigentliche Problem ist, dass beim Staat, das liegt nicht daran, dass die Politiker an sich für sich genommen irgendwie dümmere Menschen oder so sind, ja, sondern dass sie einfach einen Großteil des Geldes von anderen Menschen ausgeben für andere Menschen, ja. Also Steuergeldern werden eingenommen, da weiß man natürlich jetzt nicht genau, von wem genau im Einzelnen stammt jetzt diese eine Euro Steuer, die ich jetzt für irgendein politisches Projekt oder irgendwas ausgebe. Aber die Verwendung dieser Mittel ist von den Anreizen her viel ineffizienter, als wenn man sein eigenes Geld für sich selbst ausgibt. Deswegen ist jemand wie ich ein sehr starker Verfechter von freier Marktwirtschaft und das möglichst viel privat gemacht wird. Auch private Autobahnen und so weiter, dass nur die Leute dafür zahlen, die das Ganze eben auch nutzen. Weil so viel effizienter investiert wird, weil der Mensch einfach so gestrickt ist, besser Acht zu geben auf das, was ihm selber gehört, ja. Jeder pflegt seinen eigenen Garten besser als im öffentlichen Park. Und jeder geht mit seinem eigenen Auto besser um als mit einem Mietauto, ja. Ja, ich weiß, ihr natürlich nicht, aber die meisten anderen Menschen sind nun mal so. Nehmen wir mal das Beispiel mit den Autobahnen. Was würde passieren, wenn man diese komplett privatisieren würde? Dann hätten einzelne Anbieter Monopole auf einzelne Strecken. Nehmen wir also an, dass es zwischen zwei Städten eine Autobahn gibt und diese Autobahn auch genau einem Anbieter gehört. Dieser Anbieter hätte nun keine Konkurrenz zu fürchten und könnte seine Gewinnmarge ausweiten. Er würde vielleicht nicht ineffizienter wirtschaften als die öffentliche Hand. Aber alle, die diese Autobahn nutzen wollen, müssten dann seine überhöhte Gewinnmarge zahlen. Da er halt ein natürliches Monopol hat. Es würde sich nicht lohnen, zwei Autobahnen zwischen zwei Städten zu bauen. Eine Strecke reicht ja völlig aus. Und genau deshalb muss der Staat in solchen Fällen eingreifen. Entweder durch Regulierungen oder halt, indem er die Infrastruktur gleich selbst zur Verfügung stellt. Dort, wo es natürliche Monopole gibt, ist der freie Markt der falsche Ansprechpartner. Schlicht und ergreifend, weil jedes private Unternehmen versucht, seine Profite zu steigern und so die Gewinnmarge versucht, ins Unermessliche zu treiben, indem es seine Marktmacht ausnutzt. Der Markt kann nur da zu effizienten Ergebnissen führen, wo es auch wirklich Wettbewerb geben kann. Bei natürlichen Monopolen ist das nicht der Fall. Und deshalb muss der Staat in solchen Fällen wie bei der Wasserversorgung, wie beim Straßensystem, wie bei der Eisenbahn auch eingreifen. Ja, weil viele reden jetzt schon von Lastenausgleich und von erhöhten Vermögensteuern und so weiter. Und die Reichen müssen mehr beitragen und bla bla bla. Aber das eigentliche Problem sind immer die Staatsausgaben. Ich bin ja am Anfang dieses Videos schon einmal auf die Saldenmechanik eingegangen. Wenn die anderen drei Sektoren sparen, dann muss der Staat sogar seine Ausgaben ausweiten. Schlicht und ergreifend, um eine Rezession zu verhindern. Anders geht es nicht. Zudem geht es nicht nur einfach darum, dass Reiche ihren Beitrag leisten sollen, sondern es geht darum, dass die grundsätzlichen Funktionen von Steuern erfüllt werden. Doch welche Funktionen sind dies? Gucken wir uns das jetzt einzeln erstmal an. 1. Steuern schaffen eine Nachfrage nach der Währung und sorgen für deren Akzeptanz. 2. Steuern steuern die Inflation, indem sie die Nachfrage senken. 3. Steuern begrenzen die Vermögensungleichheit. 4. Steuern setzen einen Anreiz zu einem bestimmten Verhalten. Das ist beispielsweise bei der CO2-Steuer der Fall. Die Funktion, die Nachfrage nach einer Währung zu schaffen, ist de facto bei jeder Steuer gegeben. Die Inflation lässt sich mit einer Vermögenssteuer nicht sonderlich gut kontrollieren, da das Vermögen, was dort besteuert wird, normalerweise nicht nachfragewirksam wird, da Reiche eine viel zu hohe Sparquote haben. Eine Vermögenssteuer, die vernünftig gestaltet wird, reduziert logischerweise die Vermögensungleichheit. Einen Anreiz zu einer bestimmten Verhaltensänderung setzt eine Vermögenssteuer nicht, aber sie sorgt dafür, dass die Reichen weniger Geld haben. Und dann können sie weniger korrumpieren, weniger lobbyieren und weniger spekulieren. Das waren auf jeden Fall die wesentlichen Funktionen von Steuern und die Anwendung auf die Vermögenssteuer im Schnelldurchlauf. Und das war es auch eigentlich schon mit meiner Kritik an Kolja Barkon, der in diesem Video wesentlich besser auftritt, als in dem letzten, was ich mir angeschaut hatte. Er versucht, seine Punkte halt wesentlich sachlicher und wesentlich subtiler rüberzubringen. Aber die ideologische Stoßrichtung ist, wie wir deutlich gemerkt haben, immer noch die gleiche. In diesem Sinne übergebe ich das Schlusswort an Aktien mit Kopf. Aber jetzt genug dieser ganzen Schelte, genug mit hier der kleinen Abrechnung. Solange das so bleiben wird, solange wir also Sklaven des Staates sein wollen, werden wir weiterhin uns Versprechungen machen lassen vom Wohlfahrtsstaat. Wir werden weiterhin abhängig davon sein und wir werden weiterhin genau diese Politik kriegen, die wir wählen. Sonst wird sich das nicht ändern. Sonst wird sich das nicht ändern.